Mani Bandhasana, der gebundene Lotus im Vorwärtsbeugen. Raffaella zeigt, wie es geht. Komme zuerst zum Lotus und dann kreuze die Arme hinter dem Rücken. Fasse mit einer Hand an den einen Fuß und mit der anderen Hand an den anderen Fuß. Dann beuge dich nach vorne und bringe, wenn möglich, den Kopf auf den Boden. Das wird auch genannt Yoga Mudrasana und diese Yoga Mudrasana wird auch als Mani Bandhasana bezeichnet. Mani Bandhasana sind die Handgelenke. In dieser Stellung spielen nämlich die Handgelenke eine besondere Rolle. Mani Bandhasana gehört zu den meditativen Stellungen. Nicht im Sinne von, dass du darin die normale Meditation üben kannst, sondern darin, dass du dabei zur Ruhe kommst. Der ganze Bauchbereich bekommt eine gute Massage, ist eine gute Übung für die Bauchorgane. Dadurch, dass die Fersen rechts und links am Bauch ansetzen, werden auch zwei wichtige Nadis harmonisiert. Der Geist kommt nach innen, ist auch eine Übung für Pratyahara, für Richten der Sinne nach innen und eine Stellung, die dich in einen tiefen meditativen Gemütszustand versetzen können. Es rentiert sich, Yoga Mudrasana bzw. Mani Bandhasana zu lernen, wegen der tiefen meditativen Wirkung. Mani Bandhasana ist auch eine gute Übung, um den Lotus gut zu können. Wenn du nämlich den normalen Lotus ansatzweise kennst und jemand dir hilft in diese Bada Padmasana, das heißt die gebundene Lotusstellung, dann kannst du dich nach vorne beugen. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann fällt dir der Lotus nicht mehr schwer. Mehr Informationen über Mani Bandhasana und die verschiedenen Variationen von Padmasana, dem Lotus, und auch Vorübungen zum Lotus, findest du in der Yoga Vidya App, wie auch auf wiki.yoga-vidya.de.